Nach dem Tanzen heißt es jetzt Vollgas geben. Die große Herausforderung bei Loatab ist die nekrotische Aura, welche 17 Sekunden lang alle heilende Zauber und Effekte unterbindet. Richtig gehört, ihr könnt hier nur sehr begrenzt heilen. Der erste Cast der Aura kommt nach 10 Sekunden im Kampf und danach alle 17 bis 18 Sekunden. Somit bleiben euch gerade mal gute 5 Sekunden, um den Raid zu heilen. Teilt ihr definitiv eure Heile auf Tank und Raid auf, um nicht den ein oder anderen Heal zu verschwenden. Schadensklassen können hier zum Beispiel einen Gesundheitsstein, Heiltrank oder auch einen Verband nutzen, um die Heiler zu entlasten. Tank Loatab auf seiner Ausgangsposition, Millis im Rücken und der Rest verteilt sich im Raum, am besten den Camps. Während des Kampfes erscheinen immer wieder Sporen, welche den Buff Pilzwucher beim Ableben verteilen. Dieser erhöht eure kritische Trefferschance um 50% und ihr erzeugt zudem keine Agro mehr. Das Wichtigste ist hierbei, dass keine Spore den Tank erreicht, da dieser sonst keine Agro mehr erzeugen kann. Nach 90 Sekunden tritt das erste Mal unausweichliche Verdammnis auf. Wenn dieser Debuff nach 10 Sekunden ausläuft, erhält jeder 5000 Schattenschaden. Nach dem ersten Mal tritt die Verdammnis sogar alle 30 Sekunden auf. Zusammengefasst habt ihr also nur ein Fenster von guten 4 Sekunden, um zu heilen. In der Zwischenzeit können bzw. müssen auch Heiler Schaden machen. Ihr müsst die Sporen auf eure DDs verteilen und vorm Tank weghalten und so schnell es geht Loatab umhauen, da sonst die unausweichliche Verdammnis irgendwann zu viel Schaden macht. Anhalde Geburt Anhalde Abonnieren Anhalde Anhalde анhalde